guten morgen ihr lieben bei besten sonnenschein wie soll es anders sein wenn das promoteam der giganten wieder unterwegs ist wir sind nämlich jetzt schon in weimar und reiten gleich ein bei antenne thüringen und werden dann mal den ganzen kaffee alle trinken wir sind den ganzen tag unterwegs und nehmen euch wieder ein kleines bisschen mit das wird schön ein schöner montag eine schöne vr woche wir hoffen ihr habt das album schon zu hause und hört es ganz fleißig ich würde dich mal sofort ich würde ich gerne noch mal fragen was du dazu sagst also wir sind im sommer geiler im sommer werden weniger schlafhormone ausgeschüttet weil die tage länger sind und wir mehr licht abkriegen die sonne sorgt dann doch dafür dass wir mehr glückshormone haben und das steigert die lust auf sex hallo was sagt das ist doch eine krasse nachricht jetzt nicht kannst du doch gesagt auch beantworten ja ich bin mir nicht so sicher ich weiß es nicht aber es doch das ist doch hier erfährt man ganz aktuelle brandaktuelle wichtige sache für den sauber so leute lobi wie war der rhabarberkuchen fandst du den auch so sensationell wie ich so ihr lieben liebes weimar wir sagen schon ja trissi war ein kurzer besuch wir sind jetzt gerade schon auf dem weg nach halle dort sind wir heute noch live bei jump um 15 40 plus minus fünf minuten bei jump wir freuen uns darauf das war die erste nachricht okay bevor ich in einen kurzen rhabarber snap äh ne wie sagt man nap power nap bevor ich in einen kurzen rhabarber power nap verfalle noch eine wichtige nachricht und zwar die vinyl heißt übersetzt schallplatte hat mich jetzt nicht mal jemand gefragt was ist eine vinyl ihr lacht die unsere schallplatten unsere venues sind jetzt schon überall ausverkauft außer bei saturn und mediamarkt gibt es noch ein paar letzte exemplare also schnell ich packe euch noch mal einen link rein und eigentlich ist es ja auch schön leute wir müssen den stuhl nicht weg machen wir haben für stuhl weg machen keine zeit mehr wir haben es geschafft ganz kurz vor knapp sind wir hier eingeritten aber wir sind da schaltet ein jump nur wie wacht noch kurz aufgeboren aber wir sind da sag mal da ist man hier nichts ahnend bei jump sag mal was ist das bitte also man kann schon sagen die habt ihr hier schön drauf montiert leute 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 du bist noch fit ja alles daumen nach oben wie sind die hier so bei radio srw sind die nett oder eher nicht so nett sowie sowie der bär sind die nix verpasst wir reden nur gut ist cool wir sind nämlich gleich kannst du mal sagen hey wir sind gleich 18 u10 radio srw also schaltet ein also schaltet ein